Oh, salut. Jetzt hat er mal die Herausforderung seines Lebens. Das war halt so. Ey, Bro, was geht bei dir? Wieso sitzt ihr alle oben mit dem Boot? Und hoffentlich sieht ihr jetzt rechts runter, wenn der Boss hier wieder kommt. Oh, Niffins, ey, der Boss ist so neu. Ja, mach ich mal den Ding. Nächste Runde mach ich mal einen Asimov, dann guck ich mal, wie lang ihr braucht. Oh nein. Ich geh da einfach mit um. Ich hab mit drauf geschossen. Aber ich mach ihr keinen Schaden. Das ist so geil. Das ist so geil.